der 13 oktober ich stehe jetzt an dem objekt frankfurter straße 113 wir haben seit einigen tagen alle besichtigungstermine vergeben für dieses schöne große ein bis zwei familienhaus morgen um 11 uhr finden die besichtigung statt die dann bis 17 uhr 30 bzw 17 uhr 45 gehen wir haben den letzten termin um 17 uhr und das wird sie morgen erwarten wir haben heute im rahmen der vorbereitung für unsere besichtigung noch mal alles geprüft gescheckt und kontrolliert ob wir in allen räumen licht haben ob die holos alle oben sind wir alle zimmer auch wirklich fertig eingerichtet haben damit sie morgen ein fertiges und schönes objekt besichtigen können wir werden morgen um 11 uhr den ersten besichtigungstermin starten der zweite besichtungstermin geht um 11 20 der dritte um 11 40 und dann im 20 minuten takt als interessent und jemand der einen termin bekommen hat für die besichtigung können sie sich im haus so lange aufhalten wie sie wollen bis sie für sich und ihre familie eine entscheidung für oder gegen die immobilie treffen können wir werden sie einmal durch das komplette ausführen werden ihnen die fragen beantworten die sich da stellen um sie dann anschließend alleine und ihren gedanken überlassend in diesem haus besichtigen zu können wir haben hier circa 238 quadratmeter die dann ja von ihnen in aller ruhe besichtigt werden können wir stehen ihnen immer für fragen zur verfügung wenn sie irgendetwas entdecken oder ihnen eine frage einfällt die sie ja während der führung stellen konnten oder die nicht eingefallen ist ist das alles kein problem wir stehen hier im haus für sie bereit um alle relevanten fragen mit ihnen zu erörtern ich hoffe sie hatten jetzt einen ersten eindruck für diese wunderschöne immobilie wir freuen uns sehr darauf sie morgen begrüßen zu dürfen um mit ihnen hier diese wunderschöne immobilie anschauen zu können sollten sie zu den interessenten gehören keinen termin bekommen haben für die besichtigung möchte ich ihnen das kurz erklären wir haben termine im 20 minuten rhythmus geplant wir stehen mit drei mitarbeitern hier im haus ihnen zur verfügung und irgendwann sind die kapazitäten voll die interessenten die uns auf facebook geliked haben oder in unserer immobiliengruppe mitglied sind bekommen immer immer eher informationen wie diejenigen die ja vielleicht zufällig auf uns stoßen und zeitgewinn ist hier immer ein großes thema da wir immer nur bestimmte kapazitäten oder mit bestimmten kapazitäten die immobilien besichtigen können daher liken sie uns auf facebook bewerten uns auf google da haben sie einen noch mal größeren geschwindigkeitsvorteil dass wir sie jedes mal informieren sobald wir eine immobilie im auftrag haben und sie dann teilweise monate vorher schon wissen um welche immobilie es geht die demnächst zum verkauf steht in dem sinne wünsche ich uns und natürlich allen interessenten denen wir morgen begegnen einen schönen tag eine schöne besichtigung und ja positive eindrücke für dieses schöne haus bis morgen